Das ist Leo. Leo ist neu in der Stadt. Die Sonne scheint, aber ein paar Wolken sind zu sehen. Leo steht vor einem Laden, doch versteht das Schild nicht. Ein Mädchen kommt vorbei und erklärt es ihm. Jetzt hat Leo das verstanden. Auf dem Schild steht Eis. Beide kaufen sich ein Eis. Leo hat eine neue Freundin gefunden. Jetzt sind beide glücklich. Das ist das Ende der Geschichte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020